Das nenne ich Freude, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist Liebe, Freude. So, jetzt sind wir hier in der Tribüne bei den ganzen Discos fischen. Und jetzt willst du mir mal das schönste Biotop-Aquärm zeigen, hab ich gehört. Ja, das hat jemand gemacht, den ich kenne. Hast du mein anderes Mikrofon denn auch in der Hand? Ich habe auch, ich habe beide Mikrofone. Ja, da musst du mich reinsprechen. Ja, dann geh mal vor, zeig mir das mal. Ich habe nur gehört, dass das wirklich gut sein soll. Ist das hier in der Reihe? Ja, hier sind ganz viele in der Reihe, tatsächlich. Oh, da haben wir auch den Sascha. Den wollte ich auch nochmal gleich sprechen. Ja, der Sascha, den kenne ich. Heuer, ne? Ja, guck mal. Sascha, Heuer, Heuer. Und was haben wir denn hier? Guckt mal, Leute. Das ist Becken Nummer 7. Kolumbien. Aus Kolumbien. Mega, guck mal, Leute. Nicht schlecht. Ja. Schöne Wurzeln. Schön, ja. Gefällt mir auch gut. Was haben wir hier? Das, was haben wir hier? Nummer 6. Das ist der... Australien. Ja, ein Rockland Creek. Finde ich auch interessant mit den Steinen auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen sehr karg. Ja, aber so ist der ja. Ne? So ist der Creek nun mal halt. Ja, das stimmt. Na, steht hier auch alles. Achso, guck mal, da könnt ihr jetzt alle mal nachlesen hier. Ja. Okay. Was haben wir hier? Dann haben wir das Escape von Eloise. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, ne? Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Hat sie dir wirklich schon gut gemacht, ne? Aber das macht sie aber auch oft. Ja. Schön. Oh Mensch, was kommt denn da? Wow. Das ist verrückt. Ist das nicht gut, Leute? Guckt euch mal die Sache an. Sag doch mal, ist das nicht Granate? Ja. Guckt euch das jetzt mal an, Leute. Ich hab ja jetzt mit allem gerechnet. Das ist doch schön, oder? Guckt doch mal. Ich kenne Luft. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Weißt du, wem das gehört? Guckt euch Leute, die kriegt dich nicht mal an. Oh Gott. Oh. Ich kann nicht. Guckt, ich kann die gar nicht mehr richtig reden. Oh, ne. Okay. Was sagst du denn jetzt dazu? Schön? Mir kommen die Tränen vor Freude. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Oh Gott. Warnst du, oder? Du sagst nicht toll? Cut, cut. Nein, nix. Weiter. Ja, das lassen wir einfach voll reinziehen. Also Leute, ich hab ja mit allem gerechnet, aber damit, das musst du so nahe kommen. Mit der Deko hab ich nicht gerechnet. Das nennt ich Freude, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist Liebe, Freude. Das ist einzigartig. Das ist... Gut. Ja. So. Jetzt hab ich mich aber auch... Oh, guck mal da, was denn da denn toll ist. Guck mal hier, Leute. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Hast du noch Bonbons vorne mit vorne? Ja. Ja. Das war jetzt echt so geil. Was? Was? Auch das Papasgras ist bei uns auf dem Garten. Ja, cool. Hier, Leute. Oh Gott. Mega, mega. Sehe ich sehr verheult aus. Ja, gar nicht. Als würde ich... Guckt euch das mal an, Leute. Guck mal. Ja. Ja. Aber das ist so schön gemacht. Hat was. Boah. Nein, nein. Oh Gott. Ich hab kein Tempo. Ich guck mal, ob ich irgendwas hab. Hammer. Ich hab gebraucht das. Guck mal. Das hab ich für die Scheibe mit sauber gemacht. Guck mal, ist besser als gar nichts. Oh Gott. Guck mal, ich hab noch ein paar Bonbons hier. Guck mal, hier. Guck mal, hier mal noch ein paar Bonbons hinlegen. Guck mal, die Leute mögen Bonbons. Versuchst du die Jury und die Besucher zu... Ach. Zu beeinflussen? Ja, genau. Nein. Gar nicht. Hammer. Also echt, also... Diese Deko, die haut einen echt... Die haut einen aus den Latschen. Oder? Guck mal her. Was sollst du, Schatzi? Spektakulär. Ja. Spektakulär finde ich das. Und warum? Weil es sehr... Also eine wirklich übergreifende Dekoration ist. Also... Alles. Ja, also das ist ein Erlebnis. Ja. Also ich geh mal richtig nah ran. Ja. Das ist ein Erlebnis immer. Und ich hab mir jetzt auch bei dem Text sogar richtig viel Mühe gegeben. So. Ja? Ja. Allein der Vorbau ist ja schon... Das ist alles aus der Region. Da ist nichts, was ich da nicht rausgeholt habe. Ja, und diese Wurzel hier, ich dachte, die machst du eigentlich in das Aquarium. Da hast du die nur für die Deko gemacht. Ja. Ich hab die nur dafür gemacht, dass die hier vorne vorsteht. Dafür hab ich die gemacht. Nicht schlecht. Ja. Also ein Gesamtkunstwerk. Ja. Ja. Guck mal, wie du auch hier deine Produktplatzierung hast. Produkte? Welche Produkte? Von welcher Firma denn? BactoShot? Hab ich schon mal gesehen. Geil. Echt. Geil. Also darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Hör mal. Ja. Geil. Geil. Das hat sich ja dann schon gelohnt. Guck mal. Ja. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten. So. Guck mal. Das ist von Sascha Heuer. Ja. Hier. Sascha Heuer hat das auch gemacht. Biotop. Deutsches Biotop. Wer ihn nicht kennt hier. Das ist Sascha Heuer. So, mega. Gefällt mir also persönlich auch sehr, sehr gut. Aber meins gefällt mir besser. Ist das so? Ja. Ja. So Sascha, ich freue mich, dass du Zeit genommen hast für ein kurzes Interview hier an deinem Aquarium. Erzähl doch mal, was hast du hier gezaubert? Ja, ich habe eigentlich das nachgewählt, was bei mir vor der Haustür im Fluss wächst und ja, so wie es halt aussieht. Okay. Du hast auch einen kleinen Text dazu geschrieben, wie da so das Biotop quasi aussieht. Ich finde das ja auch sehr gelungen. Danke. Ne, du hast da also einiges, also was ja so typisch ist, dieser Mulm auch da auf dem Boden, ist ja irgendwie ganz natürlich geworden hier. Ja. Wobei sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen bei Ferienrasen bildet hat. Ja, ja, genau. Und du hast ja jetzt heute nicht nur selber hier was gemacht, oder was heißt heute schon in den letzten Tagen, sondern warst auch in der Jury hier. Genau, ich bin spontan eingesprungen für den Reif, weil der krank geworden ist. Und da ich jetzt die Juryerfahrung habe von anderen Contests, habe ich da halt mal mitbewertet. Genau, beim Ena-Contest, ja, fand ich auch. Da sind auch einige, also wirklich richtig schöne dabei. War bestimmt schwierig, die miteinander irgendwie so zu vergleichen. Ja. Ähnlich wie bei mir. Ich bin ja das erste Mal auch beim Garnelen-Contest hier in der Jury gewesen. War für mich auch neu. Ist auch schwer, ne? Ja. Gerade bei den Karinians. Gut, die musste ich jetzt persönlich nicht bewerten, aber da sind schon richtig High-End-Tiere dabei. Und da dann wirklich streng drauf zu schauen, ist schon schwierig, wenn das Niveau sehr hoch ist. Ja. Stimmt. Und sonst? Wie gefällt dir die Messe dieses Jahr? Ich sehe jetzt nicht so sehr viel, wie es hier ist. Es sind zwar weniger Schaubecken da, aber vom Publikum her ist es eigentlich fast genauso wie letztes Jahr oder wie die letzten Jahre, sage ich jetzt mal. Aber ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn eine größere Halle vorhanden ist und ein bisschen mehr Spielraum ist, auch für andere Geschichten, glaube ich jetzt mal. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall viel mehr Platz, aber auch ein bisschen schade oder, ja, kann man nostalgisch sagen, wird man schon, weil irgendwie so die letzten Jahre, ne, hier sind diese... Ich sage mal so, dass es mehr oder weniger ein Hass-Niveau gewesen war mir, ja. Also, die Messe ist geil, aber auch durch das, dass es hier so protestlos ist. Ja. Es ist halt für, ähm, ich sag jetzt mal, Eltern mit dem Kinderwagen oder... Es ist nicht so gut erreichbar überhaupt. Ja, genau. Da fehlt der Aufzug oder irgendwas oder... Genau. Das ist schon wahr. Dann ist das... Ebenerdig war da ja schon auf der Botanica in Hamm. Ist ja eine riesen Messe und dann... Ich war noch nicht da, ich kann es nicht beurteilen, aber ich arbeite nur, dass es halt doppelt so groß sein soll wie hier. Ja, das ist wahnsinnig groß. Also, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, da siehst du, falls du überhaupt Zeit hast, dir sowas anzugucken, du siehst einfach, da sind so viele Hallen aneinander, einfach massig an Platz. Da kann man die Sachen natürlich auch ganz anders noch präsentieren, ne. Ja. Also die ganzen Ausstellungen und eine eigene Halle für Discos oder so machen. Ich weiß nicht, was Michael da plant. Aber... Ich weiß noch nicht genau, aber ich denke mal, es wird definitiv größer und besser. Ja, ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall dem Michael die Daumen. Und auch an euch, wenn ihr zuguckt, ne. Auf jeden Fall nächstes Jahr Termineintragen. Ich weiß wieder, wann ist der Termin? Das ist im April, am Ende der Osterferien von NRW jetzt. Ich weiß das Datum auch nicht genau. Steht bestimmt unten in der Videobeschreibung. Ja, genau. Trage ich unten ein, dass ihr das nicht verpasst. Und ja, ansonsten... Und nehmt beim nächstjährigen Viotop-Contest teil. Macht mit. Traut euch. Weil ich meine, viel falsch machen könnt ihr nicht. Ja, also ich hätte die Chance gehabt, das eine Becken zu machen. Bis es verbraucht wurde, oder? Ne, ich habe gekniffen. Ich habe dem Michael gesagt, eine Nacht Vorbereitung, eine Nacht. Ja. Ich hätte gerne nämlich auch bei mir... Viel zu lang. Ja, genau. Ich konnte nichts irgendwie vorbereiten, Material sammeln. Ich war in der Garage, ich habe da ja echt jede Menge und habe gedacht, Ja, das und das könntest du machen. Kannst du vielleicht ein Biotop, so, weiß nicht, Rio Negro irgendwie in der Art so machen. Sonst hätte es ja einfach ein Entwässerungsgraben an der Autobahn genommen, bis sie Müll reingeschwissen würden. Ja, wir haben ja kurz drüber gesprochen. Wäre eine Idee gewesen oder Meerwasser mit Müll drin, aber ja irgendwie ist das ja auch nicht so ein Biotop, wie man das so sich eigentlich vorstellt. Ja, aber wie es halt in der Realität leider ist. Ich meine, ich habe jetzt auch schon viel gesehen. Es kommt nicht mehr viel in den Videos, was Müll angeht, aber was du da siehst, ist halt echt... Ja, ist auch traurig auf jeden Fall. Ja, da hast du recht. Aber ja, ich wollte dann doch eher so was Schönes, wenn dann, machen und ja, das war mit zu wenig Zeit. Nächstes Jahr aber überlege ich mir, ob ich dann einfach mal mitmache, mit ein bisschen Vorlaufzeit. Das ist jetzt beschlossen, versiegelt. Aber dann, alles klar, aber dann müssen wir aber auch das so machen, dass wir vier, ne, also noch Eloise und René, dass wir jetzt so zusammen sind. Finde ich ganz witzig, wenn wir nebeneinander, ja, ein bisschen Spaß haben dabei noch. Ja. Was sagst du denn zu Renés? Hör mal, ich habe mich hier gestern, ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen, weil er das so dekoriert hat. Ich finde es ein bisschen übertrieben außenrum. Ich sage jetzt mal so, klar, es ist dein erstes Ding. Ich sehe gerade, der Deckel geht gar nicht zu. Ja. Schwierig. 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 Meiner Meinung nach. Ja. Oder spricht er denn Neid, weil du nicht so viel Deko außenrum hast? Ich hätte auch noch massig mitbringen können, ja. Ich habe auch noch geworfen. Ja, es ist ja ein bisschen, ein bisschen Moos aus Erschaffen. Ja, aber das Außenrum, das war ja so ein Thema, wo ich beim Inner-Contest mitgemacht habe, da habe ich damals, ich glaube, in sechs Jahren, das erste Mal wübste außenrum so Kram gebaut, da wurde ich disqualifiziert. Echt? Ja. Oha. Das heißt, führt das zur Disqualifikation sowas? Ich denke jetzt mal hier nicht, aber es wird halt nicht mitgewertet, ja. Okay. Was innen drinne angeht, klar, er hat das ganz gut versucht umzusetzen, aber meiner Meinung nach ist das halt nicht langlebig. Okay. Weil die Pflanzen sind nicht im Substrat drin, die sitzen einfach nur aufgesetzt. Das sieht halt für jetzt schön aus, ja. Und das wird sich auf jeden Fall, deins wird sich auch lange halten, sozusagen. Also das wird sich theoretisch, also da wird sich jetzt nicht so verändern. Außer der Bakterienrasen, den habe ich ja aber mit Absicht halt so gemacht. Ich bin sehr sportlich drin. Ja. Also großartig verändern tut sich da nichts mehr. Das liegt ja schon ewig im Wasser. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank für das Interview, ne? Und wir sehen uns spätestens in Hamm wieder. Genau. Ja, vielen Dank. Also, macht's gut. Und auch mal gerne hier auf seinem Kanal vorbeischauen. Genau. Und hier abonnieren, ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen. Ja, darüber würde ich mich freuen. Da unten, da oder da, irgendwo unten, da ist ein Knopf, da könnt ihr draufdrücken. Ja, gerne. Gut. Danke. Weil das ist eigentlich der Alexander und nicht der Sascha. So. Ja. Du hast hier auch nen Escape gemacht? Nein. Was? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Nein. Aber wir machen jetzt hier mal weiter. So, Sascha Heuer. Was hast du denn dazu vom Sascha Heuerbecken? Sehr schönes Becken auf jeden Fall. Ja? Ja. Wer ist dein Favorit hier von allen? Das von der Luise. Aber das ist ja kein Biotoperbecken. Das ist ja gescaped. Das ist ja kein, ja, das ist jetzt so, aber so wechseln die Wurzeln ja nicht. Ja, also so gibt's das ja eigentlich ja nicht. In der Farbe. Wer die Konkurrenz schlecht macht, nur weil er damit zeigt. Nee, 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 Leute, also die Wurzeln, die sehen nach drei Wochen eigentlich sind die braun und nicht mehr so schön weiß oder halt naturfarben. Daher, äh, nee, nee. Nee, ich würde die disqualifizieren. Du bist so wie? Du bist so wie? Du bist so wie? Raus, Konkurrenz. Nein, nein, nein. Weil eigentlich ist das Becken da ja echt schön. Das war da, wo die Sarah so einen Nachtflash bekommen hat. Die hat so Pippi in den Augen. Ja. Also ich war mir auch... Ich als Zielbescheidiger würde sagen, da hätten sie auf jeden Fall Rückzugsmöglichkeiten. Bei mir? Ja. Die ist super. Aber bei Sascha hier auch. Das finde ich echt gut gemacht, weil er hat das Gras bis hier oben hochgezogen. Ja. Dass wenn das Becken jetzt offen gewesen wäre... Als wäre das hier reingewachsen. Ja, genau. Von der Uferkante halt einfach, ne? Ja. Ich finde das persönlich... Also das ist eigentlich schon mein Favorite. Ja. Also das auch total natürlich hier, dieser ganze Mullen, der da liegt. Genau. Ja. Das hat er wirklich gut gemacht. So hätte ich mir das auch vorgestellt, wenn ich doch mitgemacht hätte. Ja. So sind die im meisten deutschen Habitat offen. Genau. Ja. Ist auch so. Bei uns, das ist halt noch super. Da wachsen halt noch Pflanzen. Ja, das ist eher so... Ähm... Ja. Ja. Ja, genau. So, guck mal. Hier haben wir Nummer zwei. Ja. Das hat er Pachy gemacht. Das hat er Pachy gemacht. Finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, das Becken würde so in vier Wochen mega aussehen, glaube ich. Ja, wenn alles so halt gewachsen ist, wie auf dem Foto. Ja, genau. So ist wie hier. Wie auf dem Foto gemacht, ne? Genau, ja. Und das dauert halt halt ein bisschen was hier, bis das alles so gewachsen ist. Mhm. Aber ich glaube, das könnte auch gut werden. Aber weil es halt nicht so ist, glaube ich... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, genau. Weiß ich auch nicht. Dann kommen wir hier zu der netten Eva. Guck mal hier. Eva. Komm doch mal zu uns hier, Eva. Ja? So. Guck mal, das hat die Eva gemacht. Die junge Frau hier. Hi. Das ist auch echt gut gelungen, finde ich. So, nimm dir das mal zu weit. So. Eva, erzähl doch mal, was du hier Schönes gemacht hast. Ein Borneo-Biotop. Was hast du dir denn dabei gedacht? Warum hast du denn gerade das gemacht? Ich habe Videos gesehen von Discovery Planet und da gibt es relativ viele und da waren immer so Wasserfälle. Okay. Die Wasserfälle sehen etwas anders aus in den Videos, aber ich habe es versucht. Das ist mega. Guck mal hier. Ja, sieht echt schön aus mit dem Moos da oben. Also das ist auch mit einer meiner Favorites. Ja. Auch mit dieser Steinkante hier, wo auch Moos drauf ist. Sieht echt schön aus. Ja. Also das gefällt mir wirklich gut. Was machst du nach der Messe mit dem Becken? Ich wollte es eigentlich verkaufen. Gar nicht nachgedacht. Weg. Zack. Weg. Ja. Also ich habe genug zu Hause. Das ist ein bisschen das Ding. Ich kann das eigentlich nirgendwo hin tun. Hätte jetzt jemand gekommen wäre und hätte gesagt, ich gebe dir dafür was, dann könnte du das mitnehmen für? 100 Euro. 100 Euro. Das ist ein Stäppchen, Leute. Also ihr werdet das Ding leider eher zu spät sehen. Ja. Weil das ausgestrahlt wird, ist es schon weg. Ja. Aber ich würde ungefähr 30 gehen. Boah, das ist ein Top-Angebot. Ja. Da kann ich kaum Nein sagen. Ja. So. Nein, aber das ist für dich gut. Also das finde ich wirklich gut. Das ist ja wirklich gut gelungen. Ich war vorhin einmal schon hier gucken. Der Wasserfall gefällt mir auch total gut. Ja, danke. Ja, auch das hier. Strebermäßig hier. Ja. Schön einlaminiert. Ja. Mega. Aber Eva macht die auch schon zum zweiten Mal, glaube ich. Ja. Also nicht bei diesem Wettbewerb, den gibt es ja jetzt erst. Der ist ja neu. Ja, ja. The Art of the Planted Aquarium habe ich letztes Jahr mitgemacht. Ja. Genau. Würdest du nächstes Jahr wieder mitmachen wollen? Ja. Auf jeden Fall. Und du dann auch? Ja, dann habe ich auch ein bisschen Zeit zum Plan. Weil Sarah hätte eigentlich mitmachen können an diesem Platz. Ja. Aber dieser junge Mann, der wollte es nicht. Nein, so kannst du das auch nicht sagen. Nein, es war jetzt einfach, gestern Abend konnte man vielleicht da noch mitmachen, aber ich brauche ja Materialien. Ich muss mir erst einmal Gedanken machen, was will ich nachstellen, ne? Materialien? Reingetan, aufgefüllt, fertig. Ist doch kein Biotop. Weil das vollgelaufen ist. Das wäre ein Dortmunder Rennbahn-Biotop gewesen. Ne. Ne. Lass mich mal nächstes Jahr. Dann habe ich genug Vorlaufzeit und kann mir das genau durchdenken und planen. Genau. Dann ist es auch nicht mehr hier. Dann wird es eben Hamm sein. Aqua Expo XXL. Schon mal den Termin notieren. Und dann gehen wir auch dahin? Genau. Super. Vielen Dank, Eva. Gerne. Vielen Dank. Erzähl uns doch mal, du hast ja jetzt hier bei dem Biotop-Contest auch mitgemacht, was du so gezaubert hast hier. Ja. Ich habe hier einen malaysischen Biotop gemacht. Ich habe versucht, alle Pflanzen, die ich mal finden konnte, aus Malaysia hinzuzufügen. Auch mein Holz und die Bäume und alles ist aus Malaysia. Schön. Die Blätter sind auch alle aus Malaysia. Ah, cool. Ja. Ja, ich habe versucht, das so naturgetraut zu machen, wie es geht. Super. Ja, gestern hatte ich, wenn ich das aufgeführt hatte, es war alles so dunkel geworden, dass du nicht mehr da reingucken kannst. Ja, ich habe heute Morgen gesehen, als der Wasserwechsel war es schon sehr dunkel. Ja. Ja. So habe ich einen Wasserwechsel gemacht und jetzt ist es wirklich viel mehr klar und hoffentlich auch morgen. Ich glaube schon, ja. Sieht schön aus auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch gut gelungen. Danke. Ich glaube auch hier, wenn das so vier Wochen alt wäre, vielleicht sechs Wochen, dass das dann wirklich schön zugewachsen wäre, hier auch in die Ecke und das hinten dicht wäre. so. Nimmst du das so mit und willst du das zu Hause aufstellen? Leider habe ich zu Hause keinen Platz mehr. Okay. Das würde ich das hier zu verkaufen. Okay. Was willst du dafür haben? Wir haben da hinten schon den Preis gehört. Was würdest du dafür haben wollen? Nein. Ich habe noch nicht nachgedacht, über was für einen Preis ich fragen musste. Noch nicht? Das muss ich mir noch überlegen. 800 Euro würde ich nehmen? Ja. Oder 1.000. Oder 1.000? Weil das ist ein Original Lois Aqua Design. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Mode kostet ja auch viel Geld. Auch das. Ja. Und ich habe das gesteht. Ja, genau. Einzigartig. Aber warum hast du Borneo genommen? Borneo? Das verstehe ich. Ja. Und da habe ich gesehen, okay, in Malaysia gibt es viele Pflanzen und das gefällt mir und ich konnte auch die Sache bekommen in drei Wochen. Ja. Ja, da muss man erstmal... Also für mich war es jetzt ein bisschen spontan, ehrlich gesagt, gestern. Ja, das war sehr spontan. Und abends habe ich dann überlegt, machst du das, machst du das und war auch in der Garage abgeguckt, was ich da so habe. Ja. Aber eigentlich ist es schon sehr kurzfristig, sich ein gutes Konzept zu überlegen. Drei Wochen, okay, das kann man machen. Du hast es ja auch geschafft, ne? Ja. Aber ja, ich hätte das jetzt da so hingeflöttelt und wäre wahrscheinlich nicht zufrieden gewesen, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, auch dabei zu sein bei so einem Konzept. Mit Sascha und dann alle vier. Ja, alle in der Reihe, ne? Ja, alle in der Reihe, ne? Schöne Kiste Bier hierhin. Ja. Und eine Flasche Rotwein. Ja, warum nicht? Ja, schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück und Erfolg. Danke. Ja. Ja, ich würde es aber disqualifizieren, weil diese Farbe gibt es so nicht. Das heißt, in drei, vier Wochen werden die Wurzeln anders aussehen. Das heißt, du fakest hier eine Optik, die es so in der Natur nicht gibt. Ja, aber da hast du vielleicht drei Monate eher sagen musstest, dass ich mit einem Method kommt das mit. Ja. Dann hast du das vorbereiten können. Ja, genau. Das ist halt die Sache. Ja, aber ich habe dir auch nichts vorbereitet. Guck mal, das ist alles spontan hier. Guck mal. Einfach. Spontan? Spontan. Das ist hier spontan gewachsen. Ja, spontan gewachsen. Das ist hier spontan gewachsen. Aber du würdest das aber so gut finden. Du auch. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Auf Vorwand habe ich mich gedacht, okay, das wird eine Katastrophe. Das habe ich gestern auch gedacht, weil es war auch so dunkel und trüb, aber voll bis oben hin und jetzt sieht man eigentlich so ein bisschen Struktur erst. Ja. Und jetzt finde ich das doch wirklich schön. Ja. Oh, habt ihr das gehört? Ja. Habt ihr das gehört? Ja, das ist so, wirkt schon so wie so ein Baumstumpf, also so Wurzeln, die ins Wasser gewachsen sind. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, die auch dann durchwachsen hier und die Pflanzen davor und dahinter. Aber ich bin froh, dass es meine erste Biotope, die ich ever gemacht habe. So. Ja. Schön geworden. Danke. Wir werden morgen mal gucken, wer gewonnen hat. Morgen ist die Auswertung. Morgen ist die Bewertung. Die Auswertung. Für uns ist nur einen Tag schlafen, für euch nur ein Klick. Bis gleich. Sehr gut. Ja, gut. Ja. Ja, dann, die beiden sind ja noch an. Dann euch auf jeden Fall viel Glück. Ja, danke. Ja, danke. Super. Tschüss. Haha. Judy, ich werde mir wichtig den Obviously des Because des Leibs announced und des! Super. In der Agency zum Feit der YouTube projection rangen expertise an.